Bei, äh, hallo? Aaaaah, tut mir leid! Ah! Dir geht's! Scheiße! Ähm, da hab ich was! Da ist er! Ey! Mann! Vorsicht! Ich würde wieder überleben! Ah, ich bin tot! Wieder überleben! Ja! Äh, falsch! Au! Nein! Warum?! Was verlangsamst du? Ich will nicht in Zeitlufe sterben! Oh, das sah aber sehr, sehr schön aus! Ähm, Hilfe! Nein! Geht weg! Vorsicht! Aua, aua, aua! Fred, hör doch auf einfach! Ich muss doch hier den Troll eben töten! Ja, aber ich steh doch dazwischen! Jetzt hab ich dich direkt wieder belegt! Ja, wenn du den Troll tötest, dann bist du aber weg! Und... Dengel! Also das Positionieren ist halt sehr wichtig! Ach so! Sag das doch! Das Positionieren, ja! Kommst du wieder! Ich hab Komponieren verstanden! Ich bin hier die ganze Zeit schreibt Noten auf dem Blatt, aber es hilft überhaupt nichts! Ne, wir können ja auch nicht singen! Das stimmt! Äh, Achtung! Wir sollten es auch nicht versuchen! Ach, da ist jemand! Äh, wer rennt denn da jetzt? Ach, Rahm! Wie? Was war ich denn? Du bist genau dazwischen gelaufen! Das hat doch sogar funktioniert! Der wurde eingefroren! Ich hab draufgehauen! Ja, hast du gut gemacht! Das war total unglaublich! Ja, super! Oh, verdammt! Ich weiß! Oh, Basti ist ja tot! Jetzt können wir aber uns echt mal aneignen! Das eine einfällt und der andere draufhaut! Ne, das wäre ja zu langweilig! Oh, guck mal! Basti, hast du da einen Phaser? Was? Was? Schieß mal! Hab ich doch schon die ganze Zeit gemacht! Mach mal! Wie geil! Heyo! Können wir hier rein? Uuuuh! Müssen wir hier rein? Uuuuh! Na, hier gibt es einen Kühlschrank auf jeden Fall! Nee, den drin nicht! Kühlschrank? Ach ja, tatsächlich! Ups! Nicht so schlimm! Ah, ich bin... Ich renne! So, nun! Zerstört! Nein! Einen Erdball! Einfach nur einen Erdball ran! Deee! Ich schmeiße! Ein kleines Scheibchen! Du musst voll aufladen mit dem Erdball! Nein, ich bin so gut! Uuuuh! Was haben wir da? Immerhin das wiederbeleben kann ich mittlerweile! Ich weiß nicht, wer... Wer das auch das einzige ist! Was ist das denn hier? Froststab! Okay! Uah! Oh, das war ja Heilung! Ich hab'n Froststab jetzt! Äh, löst den mal aus mit mittlerer Maustaste! Der macht nichts mit mittlerer Maustaste! Ich hab' meinen Excalibur auch nicht! Ach ne, du hast, genau! So eine Frostimmunitäts-Aura! Man kann auch... Ah, ist immer super! Man kann auch... Moment mal bitte! Ja, soweit man das da drunter hat! Ja! Warte! Ja! Sehr gut! Das ist ja schön! Ja! Sehr gut! Und weil wir so viel mit Frost arbeiten... Mega geil, Alter! Oh, sorry! Oh, sorry! Das kann man nicht! Ich mein, ich find' das nicht lustig, aber... Nein, natürlich nicht! Achtung! Ich mach' hier einen Wasserstrahl! Okay! Okay, ich mach' ähm... Blitz! Ähm... Ähm... Blitz! Und Feuer! Ach, das ist schön! Gebot! Nein! Nein, bist du nicht! Guck! Wo bist du denn jetzt? Bitte! Bitte! Wiederbeleben! Wiederbeleben! Danke! Mal zwei! Ich hab' einen Goblin auf dem Nacken! Ah! Wiederbeleben, bitte! Ah! Dankeschön! So! Und... Dengel! Wow! Sag mal, du hältst doch überhaupt nichts aus, ne? Nee! Du siehst irgendwie... Du erinnerst mich irgendwie an... 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 Irgendwien erinnerst du mich, Fred? Echt? Ja! Ja! An... Deine Mütter! Fred, an wen erinnerst du mich denn nochmal? Sherlock Holmes! Ja, sowas ähnliches hatte ich gedacht, aber... Wahrscheinlich! Nein, nee! Ich mein' was anderes! Nee! Sherlock Holmes! Oh! Wo kommt der denn her? Dies war eins der Schlupfwinkel von... Sie wollten das nicht vorlesen! An Verzeihung! Hm! Ist das eine Schlange? Ja! Schlange, Schlange! Mein Fehler! Der Kopf ist eigentlich ihr schwächster... Wir wollten das nicht vorlesen! Entschuldigung! Ich hab' ne Taktik, pass auf! Ja, ich auch! Wollen wir zurückrennen einfach? Hilfe, Hilfe! Hilfe! Oh! Wir müssen irgendwie an den Kopf kommen, oder? Wie war das? Jetzt... Au! Oh! Ich hab' mir gedacht, ich baue hier so'n Schild... Und wenn ihr sterbt, dann belebe ich wieder! Wiederbeleben, bitte! Wiederbeleben, bitte! Bekämpft die! Wiederbeleben, bitte! Ich tänke grad! Ich tänke grad! Ich hab' sie kurz getroffen! Ich hab' sie kurz getroffen! Sehr gut, ich tänke grad! Ja, die muss auf einen zukommen, dann... Aua! 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 Nie los! Ich tänke wieder... Ich tänke ja tatsächlich! Was soll denn das? Da muss jetzt rein! Äh, ein Stein werfen muss man da! Weil sie dich anzischt! Weil sie geht halt auf dich, genau! Au! Nicht auf mich! Das hat nicht funktioniert! Okay! Kann die mal auf mich kommen, hier? Na komm! Scheiße! Schlange! Du Schlange! Hey! Au! Kann die mal bitte auf mich? Gehen hier! Aua! Oh nein! Jetzt bin ich langsam! Weg damit! Fred hilft mega, oder? Ja! Wie gesagt, wenn ihr sterbt, dann kümmere ich mich da dran! Das ist der Knaller! Ja, kann ja keiner wissen! Ja! Fred ist der Arzt! Dann mach ich jetzt mit! Ja! Ich bin der Arzt! Ich bin ja der mit dem Heilungsscheiß! Die Tante ist halt ein bisschen grummelig! Frau Schlange! Ja! Das war doch schon Anfang! Das war doch schon Anfang! Ja! Hey! Ich wollte Fred heilen und dann ist der Zauber weggegangen und so! Die geht immer auf den Falschen! Was ist das los? Guck hier! Das war super! Ja! Jetzt brennt das Ding! Oder was? Oh! Uiuiui! Geht ihr immer auf mich bitte! Achtung! Vorsicht! Wie geht ihr denn hier auf mich? Entschuldigung! Tu es! Das sind die falschen Knöpfe! Tu es! Noch immer! Mach es! Wie macht ihr denn diese Blitzsäulen? Oh! Ich hab keine Ahnung! Das war ich, aber ich weiß nicht wie! Das ist Schild und Blitz und dann Umgebung! Das ging viel zu schnell! Das war ein Bosskampf! Es ging überhaupt nicht schnell! Das hätte schneller gehen können! Ja! Aber wir haben es trotzdem geschafft! Hurray! Yay! Hu! 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 Die Belohnung für die Rettung des Dorfes Dunderhead war eine Kutschfahrt nach Havindir, wo der wahre König sie erwartete! Und just als sie die Stadttore erreichten, fiel die erste Schneeflocke! Oh! Das hat überhaupt nicht zu dem Text da unten gepasst, der da stand! Das stimmt! Aber Schneeflocken! A Schneeflocken! A Schneeflocken! Kennenschfleck! just erstmal, Schnicks! Ich mag dieses Wortwimmel! Mit Schnack? Ja Ja... Das ist einer deines Kalibers auf jeden Fall! Ich habe es jetzt nicht gelesen, weil ihr es mir vorgelesen habt! Ich hätte gerne einen Snack und eh erstmal erst einen Schnack mit den Dorfen wohnen! Das ist eures! was er falsch ah stört wieso also ich dachte ich habe eine achse in der hand was soll ich sonst hätten es zu spiel das spiel bei mir nicht bei mir ist aber auch nicht mehr von hat's gezuppelt ja jetzt nie so viel zuppel zuppeln das ist kein stein hier was das war mein stein manieren stein scheiße die haben ja auch diese frost immunität wenn ich in der nähe bin ja was ist das denn hilfe 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 ich rette dich er ist eingeboren sorry wer zoomt denn da schon wieder was ich glaube ich habe gerade den dorfbewohner die klippen und das war ja aber ich habe auch den gegner besiegt von daher wird schon wieder hier das ist schlimm könnt ihr mich mal bitte töten ich habe gerade auch nur 20 fps wie kann das sein tötet mich in slowmo warte wir können natürlich auch warum sollen wir dich töten ich will den stadt nicht natürlich einfach einen anderen nehmen ja wenn man hier ein anderer da ist das wollte ich nicht heilen es läuft wieder besser sehr gut doch nicht weg ach so danke könnt ihr mich bitte wiederbeleben du weißt auch nicht was du willst doch doch liebe und wiederbelebung dddddd und beim weg gehen bitte also wie bricht man zauber ab so ist ein schwert da ist ein feuerschwert glaube ich gilt ja aber für alle dann kann man schau schauer schauer zauber überhaupt abbrechen doch schon brauchst du zumindest ja den himmelssperr was kann der das guck mal die flammenklingel macht feuer und der himmelssperr den hatte ich gerade immer freet ist jetzt eingeschlossen ich habe einen plan so war der einzige hier kannst du mich wiederbeleben danke ich habe mir selbstmord begangen welcher der besucht schon wieder ja ich weil ich auf mich selbst heilung gezaubert habe und einmal also na und so das passiert mir halt auch hier wird nicht immer nicht leicht sein ups hier siehst du einfach zunichtung machen und alles ist gut ich kann es ja nicht direkt noch mal machen sehr schade echt schade dddddddddddddd blitz ah wieso geht das direkt auf die falschen was wo bin ich da ist er tot dann gehren sie mit dem wirm ich schmeiß den steinchen oh sorry hey juhu wir blocken viel zu wenig blitz ah ah vlad hilf uns bau die brücke wieder auf vladiboy die brücke wurde abonniert klicke jetzt auf deabonnieren ja 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 ich nicht ich bin trocken ich erinnere mich eigentlich schnell so was trocken hast du das auch schon mal durchgespielt Rahm ne nur einen gewissen teil dann war ich nämlich auch hieran ja das ist ätzend wahr mit den flugschiffen ja da darf man nicht zur falschen zeit aufs andere schiff gehen ja hier sind keine flugschiffe das darf eigentlich nie aufs andere schiff gehen doch 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 muss man zeig dir mal wie man das macht hm na echt mal Fred oh ein flugschiff wo kommt das denn her das ist Illusion achso herzlich willkommen bei Guns of Icarus wir sind wieder zurück ja die Guns ist wieder im Haus Deine Deine Vorsicht Stein kommt einfach runter oh tschuld sorry ich dachte das ist grad das für links für einen Bildfehler aber das ist ja das andere Schiff das ist grad echt unverlässlich so'n krasser Typ wer traut sich länger drüben zu bleiben nene 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 ich hab dich noch grade wiederbelebt Tschüss! Danke! Explosionen! Oh, da, hallo! Explosionen! Oh, das tut mir jetzt leid! Oh mein Gott, Basti! Aus dem Weg gehen bitte! Das war nicht aus dem Weg! Kann man mich wieder belüben? Wiederbeleben, schnell! 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 Ja! Ich auch bitte! Vielen Dank! Ich bin noch gar nicht! Sind alle da? Sind alle wieder da? Da ist ein Bombenmann! Äh... Ah! Sind zu gut! Vielleicht! Wie aus dem Weg? Ich weiß es nicht! Ah, ich bin eingegriffen! Ha! Achtung! Vorsicht! Oh, der kommt doch wieder! Das gibt's doch nicht! Ich hab extra so lange drauf gewartet und dann kommt... Naja, egal! Wollte eigentlich Franz runterschmeißen! Sorry! So, hier ist er! Hier! Wo sind die glaube ich nicht sie Abenteuerungen... Ok ich kann mal hinten runter schmeißen! Wir haben Lager Й olsa war zu schweichen! Yh... Leidie! Bleibt damals mir Scheichen! Können wir nix... Nö! Das wars auch, hier! Wie kann ich im sowie Entschuldigung... Äh... Verbindung machen? Nein! ilesp das war ich diesmal nicht das war ich aus Versehen ich wollte dich heilen aber hab mich weggeschubst was wollen wir machen? Leben wir wollen leben Liebe und Leben ich fühle eine große Erschütterung in meinem Dorf oh der kann ja einfach weg springen oh mein Gott ja man muss einfach Feuer rein da geht das wir können auch ganz gut einen Heilstrahl und einen Lebensstrahl kreuzen einen Heilstrahl und einen hier Arkanenstrahl siehst du dann passiert nämlich das oh das ist schön das sind nämlich Gegenteile Entschuldigung voneinander dass wir das alles jetzt so kontrolliert meinst du weil die weil die gegen gegen überliegen oder was äh ne aber das sind Gegenteile Leben und Arkanen sind Gegenteile das wurde am Anfang erklärt im Tutorial oh wo im Tutorial das hast du nicht verstanden das habe ich gar nicht gemacht natürlich hast du das was haben wir gemeinsam gemacht warst du dabei ab und zu spielt mal eine Aushilfskraft für mich und du redest sie lieber und wer ist jetzt bist du jetzt gerade die Aushilfskraft ne 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 und wer ist in der Gegend rum äh ich bin da das siehst du oh was die was denn du hast mich weggekickt in dem du gegen mich geflogen bist was ähm retz mich mal bitte Aua wir sind danke Bellenfield ach ne das ist ein Gegner äh äh retzen ist doch eigentlich ähm World of Warcraft ja was ist ich denn ja bin ich kein W-W-Wähler nimm das oh er ist hellend McLeod das ist McLeod achso ne Leod sonst wäre der ja A-U Alter ey alle sind so ein Fan von der Cloud war es ist echt schlimm ey das ist McLeise ey ha 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 w-w-w-w-w-w-w-w oah nein Aua ich brenne oh du brennst oh du standst im Weg lebe du bist langsam lebe ja das weil ich mich äh weil ich mich heilen wollte das war sogar gar nicht so doof das war sogar gar nicht so doof ja das ist mir runtergefallen äh bitte leben bitte dann kommen noch ein paar Jungs bitte bitte oh mein Gott der hat hat Feuer und so uah oh entschuldige oh uah oh ich bin tot kann bitte jemand danke bitte hier lass dich danke oh das ist der Verhunger auf dem Weg so oh jetzt ein Toastbrot scheiße das war das falsche hier Fred warte ich wollte den Speer haben ähm stehe mich den Kernschmelz knaller Überleitung wir müssen bald zum Ende kommen okay boah aber nicht sofort wir haben noch zwei Minuten warte hier sind Schafe oder eine ja da sind immer nur offen als Schafe nein das sind echte Schafe oh das sind noch nie ein Schaf gesehen die sehen genauso aus ne ja aber die die haben mehr die waren die schmeckten anders so Königssuche vier von zwölf ich glaube wir haben schon ein paar verpasst oh den Kampf machen wir jetzt noch der ist schwer das stimmt willi willi will wen haben wir denn hier wir wollen das nicht vorlesen ja okay aus einer Schrift immer wieder alter oh die Bäume die sind uns natürlich die sind natürlich äh auf unserer Seite ich werfe immer hölzernes Obst weg das schmeckt doch nicht ja und jetzt das ist Spargel ich halte mich die ganze Zeit auf der linken Seite auf ich renne einfach links rüber ich friere Eilen ich mach die Frehtaktik ich friere Eilen aber wer hat denn jetzt uns alle nass gemacht wer hat denn jetzt das Schild auch das ist das ist ich hab Rahm eingesperrt so ne Kacke hier was soll denn das komm wir gehen raus ich geh auch nicht raus wie mach ich das denn jetzt hier hey äh ach so das Schild das läuft ab Moment bitte ja ja ist gleich vorbei wahrscheinlich auch der der kam vorbei würde ich sagen ach ja hier diesen wie ich den den Zunichtung äh da war das nicht so falsch brennt brennt nur du kannst Waldbrände verhindern wei ah was zur Hölle war das denn wie du beleben bitte wow das ist einer ist einer von uns dann scheiße ne doch nicht ja jetzt jetzt geht ja nicht wiederbeleben ihr müsst jetzt am Leben bleiben mach zu nicht du oh mein Gott wir dürfen nicht sterben mach aha ich bin tot hier kann ja niemand wiederbeleben Fred doch man kann sich ein Blitzschild ein Wasserschild oh mein Gott Basti wiederbeleben bitte wiederbeleben nein nein du bist nass ah ich will mich nur heilen ich will mich nur heilen ganz gut alles gut alles gut du bist nass ja ich bin nass ja ich bin nass da trocknen und wiederbeleben bitte mach hin was machst du denn Alter nichts F F F und mittlere Maus hast du Alter hallo nein schon wieder Regen mach E und Q und auf dich selbst dann bist du trocken ja jetzt gerade funktioniert es ja nicht doch doch es regnet ja aber dann hast du ein Wasser bist du aber E und Q hat er doch so jetzt bist du kannst du Blitz machen jetzt kannst du nämlich einfach weh und uns wiederbeleben jetzt ist gut ah endlich na wer ich bin tot ich wie knapp war das denn bitte oh Gott die alle auf uns zulaufen hier wie die Zombies so schön na 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 ach so ich hab ich hab leider nie wie war das SE brennt ihr Schweine brennt wie knapp war das denn gerade auf jeden Fall oh Gott sei Dank so äh sind sie jetzt mal alle tot die bekommen noch mehr was wollen die denn da weggehen oh Entschuldigung die ganze Zeit auf die falsche Taste aua äh wie war das äh eher cool da so sehr gut so alles gut also man sucht sich immer das Element aus wogegen man sich schildet oder was genau äh ok was ist das hier Donnerkeil oh mein Gott Basti erinnerst du dich dran was macht das so ein bisschen das das ist das Schlimmste was es gibt Donnerkeil ist das Schlimmste was es gibt äh äh das ist das hier unten äh äh der Chronostab ach bin ich das jetzt ach bin ich jetzt ha 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 hallo oh mein Gott ey du musst die Folge denden das ist so krass ja vielen Dank für's Zuschauen in Zeitlupe auf Wiedersehen vielen Dank oh mein Gott bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss